Einen wunderschönen Sonntagabend und herzlich willkommen zur 246. Folge der Honigwabe und damit auch willkommen an meinen geliebten Co-Host Kasper. Jo, hallo Schlomo, mein geliebter anderer Co-Host. Hallo liebe Zuschauer, ich freue mich sehr hier zu sein. PKS 2023, die polizeiliche Kriminalstatistik. Ich weiß auch nicht, wo man da am besten anfängt. Also die Kurzfassung ist, es ist schlimm, aber das wisst ihr sicherlich alle, weil die Pressemeldungen sich ja da überschlagen haben. 41,4 Prozent der Tatverdächtigen im Jahr 2023 hatten keinen deutschen Pass. Wir nähern uns also unaufhaltsam den goldenen 50 Prozent, die wir dann wahrscheinlich so in fünf, sechs, sieben Jahren erreicht haben sollten. Ich kann das übrigens kaum erwarten, weil wir dann irgendwelche lobotomierten Arschlöcher nicht mehr sagen können, dass Deutsche aber mehr Straftaten begehen würden. Wobei sich dann natürlich die Einwanderung mit der Einbürgerung ein Wettrennen liefert. Ja. Ja, aber das heißt ja, achso, ich verstehe, dass der Anteil der deutschen Tatverdächtigen dann irgendwann auch ordentlich zulegen wird, weil die neuen Deutschen halt ordentlich zulegen. Exakt, exakt. Teile von denen, die jetzt noch als Ausländer da eingehen, die gehen dann halt in die Deutschen ein und nicht mehr bei den Ausländern. Ja. Ähm, ich habe dann vorhin mal ChatGPT wegen dieser Pro-Kopf-Geschichte gefragt, was für ein IQ notwendig ist, um eine Pro-Kopf-Statistik zu verstehen. Falls du es noch nicht gelesen hast, willst du mal schätzen? Ich habe es leider gelesen. Ich hätte sogar gesagt, vielleicht 85 oder so. Was hat der Drachenlord? Ich glaube, der Drachenlord könnte eine Pro-Kopf-Statistik verstehen. Ich habe keine Ahnung. Das nehme ich auch an. Ich glaube aber auch nicht, dass der ein IQ von 80 hat. Also, der ist schon ein bisschen auffällig, aber der ist nicht fast behindert, dieser Mann. Also, Schatti ist anderer Meinung. Schatti sagt, der hat tatsächlich einen von, keine Ahnung, 82 oder so. Ey, ich würde ihm einen Test spendieren. Ich würde es gerne wissen. Auf jeden Fall. Gut, jedenfalls sagt ChatGPT um eine Pro-Kopf-Statistik. Da musste ich ein bisschen zu drängen, ja, zu dieser Antwort. Aber am Ende kam die Antwort, so in etwa IQ 90 bis 100 sollte ausreichen, um eine Pro-Kopf-Statistik zu verstehen. Das heißt, einige Personen werden wir halt erst in ein paar Jahren erreichen. Jetzt sind wir bei 41,4 Prozent. Das dauert noch ein bisschen. Aber halt, Schlomo. Der Straftaten in Zusammenhang mit dem Ausländerrecht begeht, der ist zwar kriminell, aber trotzdem würden wir das ja natürlich rausrechnen. Weil deutsche Staatsbürger da nur in seltenen Fällen tatverdächtig sind. Übrigens sind sie es nicht nie. Ja, aber es sind halt immer ganz geringe Zahlen, keine Ahnung. Wenn da 100.000 nicht-deutsche Tatverdächtig sind, dann sind 80 Deutsche Tatverdächtig. Ja, es geht also aber extrem selten. Die Zahlen dazu, also ohne ausländerrechtliche Verstöße, die finden sich auf Seite 13 der PKS. Und wir erfahren, dass 65,6 Prozent der Tatverdächtigen Deutsche waren, 34,4 Prozent waren Nicht-Deutsche und 8,9 Prozent waren Zuwanderer. Also sogenannte Flüchtlinge. Auch daraus habe ich ein kleines Diagramm gemacht, wie ihr seht, dass es unter diesen drei Gruppen genau eine gibt, die unterrepräsentiert ist. Jetzt sind da die Deutschen und die anderen beiden überrepräsentiert sind. Das fällt wahrscheinlich dann auch jedem auf oder fast jedem. Müsste man Chat-GPT vielleicht nochmal anwerfen. Das sind dann allerdings die Straftaten insgesamt, ja. Eine Seite weiter, Seite 14, sehen wir dann ausgewählte Straftaten, darunter Tötungsdelikte, also Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen. Auch daraus habe ich ein kleines Diagramm gebastelt und das sieht wie folgt aus. Besonderheit hierbei, Zuwanderer machen etwa drei Prozent der Bevölkerung aus, aber 14 Prozent derer, die tatverdächtig sind, ein Tötungsdelikt vergangen zu haben. Ja, sauber ausgerechnet heißt das, dass Zuwanderer 6,569 Mal so häufig tatverdächtig sind, ein Tötungsdelikt begangen zu haben wie Deutsche. Oder in anderen Worten, ich mache das immer gerne ein bisschen anschaulicher, wenn du tausend zufällig ausgewählten Deutschen über den Weg laufen musst, damit dich einer fliehend absticht, dann musst du statistisch gesehen 300 Zuwanderern über den Weg laufen, um zweimal abgestochen zu werden. Zweimal. Ja, bei Deutschen 1000 für einen, da kriegst du bei 300 schon direkt zwei, also die Zahl ist 151, um genau zu sein. Und obligatorisch muss hier einmal erwähnt werden, bei den Deutschen sind auch Leute drin, die sich selber nicht als Deutsche bezeichnen würden. Oh ja, das ist relevant, das ist relevant, Freunde. Ja, ich habe übrigens mit meiner Sammlung wieder angefangen bezüglich der, ich habe das nicht sauber fortgeführt, aber ich habe mittlerweile einen Ordner, ihr kennt ja diesen Premium Ordner, da gibt es auch einen Unterordner, der nennt sich glaube ich tatverdächtige Deutsche. Da sind halt ein paar Fälle, 15 oder sowas drin, wo der Deutsche, allmach, allmach, äh, schuldig gesprochen wurde, einen Morddelikt begangen zu haben oder so. Ja, gerade bei sowas wie... Zuwanderer oder Nicht-Deutschen sind relevant. Gerade bei sowas wie Gruppenverhältnismen, da war es ja immer im Bereich von zwei Drittel von Ausländern, ein Drittel von Deutschen. Dennoch, bei einem Drittel würde man denken, gut, da findet man leicht eine, die von, keine Ahnung, Joachim und Peter begangen wurde. Dem ist nicht so, das ist ein absolutes Kuriosum. Du findest solche Fälle, aber du musst graben und zwar richtig. Das heißt, der Großteil von diesen von Deutschen begangenen Straftaten bei Gruppenverhältnismen wäre denn ebenfalls von Leuten begangen, die sich selber Nicht-Deutsche nennen würden. So ist es. Gut, du hast da glaube ich noch die Statistik mit den Zuwanderern offen und den Tötungsdelikten. Denn wichtig ist, dass wir auch bei den Zuwanderern noch näher heranzoomen könnten, um das eigentliche Problem zu erkennen. Zuwanderer oder sonstige Migranten, also Zuwanderer sind eine Unterkategorie der Migranten, die können aus Dutzenden Ländern stammen, deren Bevölkerung hier eben häufiger oder seltener kriminell wird. Und darum habe ich ein lustiges Spiel für dich vorbereitet. Du wolltest gerade was sagen. Ja, ich wollte eigentlich nur einwerfen, dass so eine akkuratere Statistik kein Hexenwerk wäre für die Behörden. Die könnten zum Beispiel einfach nur nach Namensherkunft gehen. Namensherkunft des Täters und da nehmen wir Maghreb, Arabischer Raum, Afrika als eine Gruppe und vergleichen das mit deren Bevölkerungsanteilen. Absolut. Gut, mein lustiges Ratespiel, Schlomo. Aus welchem Herkunftsland stammen pro 100.000 Personen, die sich hier befinden, die meisten, die 2023 tatverdächtig waren, einen Mord begangen zu haben? Ich habe es schon eingeblendet, glaube ich. Habe jetzt aber, wo du vom Ratespiel, nicht das pinke hier? Nein, Tatverdächtige pro 100.000 Einwohner nach Herkunft. Mord. Zeig euch, was du eingeblendet hast. Okay, das hier ist Vergewaltigung. Du bist bei Vergewaltigungen. Okay, ich sage ebenfalls Afghanistan. Das hätte ich uns auch erwartet. Ich schicke es dir jetzt mal. Jetzt kannst du es gerne einblenden. Nein, es ist die Türkei. Unsere Glückwünsche. Die Türkei rennt mit 4,3 tatverdächtigen Mördern pro 100.000 sogar mit einem recht ordentlichen Abstand noch ins Ziel. Erst dann kommen die Afghanen. Ja, bitte. Ich frage mich, ob da die Ehrenmordkultur, die aufgrund der schon gewachseneren Familienstrukturen und so sich weiter ausgebreitet hat schon als bei den Afghanen, die noch nicht so lange hier sind, dazu beigetragen haben könnte. Dass sie per Capita tatsächlich dann höher sind als die Afghanen. Ja, möglich. Klar. Also, du brauchst ja, um jemanden ehrend zu ermorden, halt auch eine Frau. Also in der Regel werden Frauen ehrendermordet. Und die brauchst du dann auch hier. Jetzt kannst du dir sicher sein, wenn wir eine Statistik hätten bezüglich der Zuwanderer aus Afghanistan, dass das mit einem deutlich höheren Anteil männliche Zuwanderer sind als aus der Türkei. Also, da sind zumindest in deutlich höheren Zahnen auch die Frauen da, die du dann umbringen kannst, weil sie die Ehre der Familie gefährdet oder so ähnlich. Also, sicherlich spielt das eine Rolle. Ja. Gut, dann kommen mir auf jeden Fall die Afghanen mit 3,6 pro 100.000, gefolgt von Rumänen mit 3,3 pro 100.000 und Syrern mit 3,1 pro 100.000. Und weit, weit abgeschlagen auf einem der hinteren Plätze das Herkunftsland Deutschland mit gerade mal 0,7 Tatverdächtigen mördern pro 100.000. Gut, jetzt kannst du weitermachen, Schlomo. Denn alle, die Afghanistan da die Daumen gedrückt haben, die sollen nicht traurig sein. Das Herkunftsland hat an anderer Stelle wieder eine Welt-Clustered-Performance gezeigt. Einsamer Spitzenretter bei den Tatverdächtigen, zwei Gewaltigern pro 100.000. Das ist das, was du gerade schon gezeigt hast. Noch weit vor den Syrern mit 48, der Türkei mit 26, Bulgarien mit 23 und Deutschland dann mit 9. Ich finde es interessant, dass wir ganz als Schlusslicht bei den beiden Sachen gerade dann nochmal sowas wie Kroatien oder eben Russland hatten. Ich frage mich, ob dazu auch beigetragen haben könnte, dass eben unter den Deutschen auch Nicht-Deutsche gefasst sind. Und bei den Kroaten haben wir es halt wirklich zu tun mit Kroaten hier. Sehr gut möglich, klar. Also es sind alles, Frank, die man mal nachgehen sollte. So, jetzt bin ich ein bisschen aus dem Konzept gekommen. Genau, ich wollte nur nochmal betonen, dass in diesem Land hier kommen auf 100.000 Deutsche 9 Vergewaltiger, Tatverdächtige und auf 100.000 Afghanen 90. Also zehnmal so viele. Und wir müssen bitte alle die Schnauze halten, weil wir sonst nämlich einen Rassismus machen würden. Gut, Afghanistan führt übrigens auch bei sexueller Nötigung und bei Kindesmissbrauch, schwächelt aber bei Exhibitionismus. Da haben unsere bulgarischen Freunde hauchdünn vorne gelegen. Ich hoffe, ich mache dir das nicht zu schlecht, dass du und auch die Zuschauer diese Diagramme wirklich genießen könnt. Ich mache mal ein paar nebeneinander hier. Ja, unsere bulgarischen Freunde, die haben auch bei der Zuhälterei alles gegeben mit 4,8 Tatverdächtigen im Zusammenhang mit Zuhälterei pro 100.000 Bulgarien in Deutschland und haben damit dann 48 Mal so gut performt wie die Deutschen. Obwohl das ein Heimspiel für die Deutschen war, haben die Bulgaren da 48 Mal so gut performt bei der Deutschen 0,1 Tatverdächtige, Zuhälter pro 100.000 Deutsche. 0,1, ja, das sind halt gewachsene Strukturen. Das liegt nicht an einem Mangel an Versuchen von anderen Nationalitäten, die hier neuer sind, auch sich in solche Geschäfte reinzuklamüsern, sondern die haben das halt schon seit Jahrzehnten aufgebaut, das Business. Ja, und auch da muss man nochmal anmerken, dass diese 0,1 Tatverdächtigen Zuhälter pro 100.000 Deutschen, die werden in der Regel weder Max noch Moritz heißen. Also die Performance ist eigentlich noch schlechter als das, was wir in den nackten Zahlen sehen. Gut, die letzten fünf, sechs Diagramme, die waren alle von Jonas Greindberg. Er schreibt für das Freilich-Magazin. Ich habe euch seinen Twitter-Account in der Videobeschreibung verlinkt. Und da findet ihr noch weitere aufschlussreiche Diagramme. Guter Mann und ganz sichere Folgeempfehlung auf jeden Fall. Ja, Link in der Videobeschreibung. Ich mag auch die Distanzierung von Rechtsnationalismus in der Form dieser Farbgebung. Nachempfunden dem Auswärtstrikot der bunten Nationalmannschaft. Hat er sehr gut gemacht. Gut, ja, ich hatte noch überlegt, ob ich hier einen Pressespiegel präsentiere. Dann habe ich zwischenzeitlich mit Clowny telefoniert und der hat dann einen gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das Video schon gesehen habt. Hast du das gesehen, Schlomo? Er hat sich da so mit die dümmsten Entschuldigungen für diese Statistiken herausgesucht, die es so gab. Hat von mir auch noch ein, zwei Hinweise bekommen, weil ich die schon gespeichert hatte. Ich würde das Ganze jetzt hier verkürzen auf den wirklich dümmsten Scheiß, den ich diese Woche in diesem Zusammenhang präsentiert bekommen habe. Ihr seht es wahrscheinlich gerade vom Spiegel zum Beispiel. Bundeskriminalamt erklärt Anstieg bei Straftaten mit Corona, Inflation und Zuwanderung. Die Inflation, Schlomo. Die Gewaltkriminalität ist um 8,6 Prozent gestiegen. 17.000 Gewaltdelikte mehr. Jetzt sind über 46 am Tag. Ja, was denkst du? Wie viele dieser Taten wurden begangen, weil die Inflation so hoch ist? Ja, zero. Die Leute, die diese Straftaten begehen, leiden wahrscheinlich mit am wenigsten unter Inflation, denn die kriegen ja eh alles bezahlt. Also vor allem unter den Energiesachen leiden die nicht. Die haben Bürgi und die drehen die Heizung auf. Das zahlt sowieso der Staat. Ja, keine Ahnung. Die haben kein Brot und deswegen müssen sie die Hefepilze in den Genitalien der deutschen Frauen abernten oder irgendwie sowas, damit sie halt das dann makeshift selber machen können. Das ist absoluter Spaß. Gut, dann jetzt nochmal die Frage, warum das Ganze? Warum ziehen wir uns das rein? Also abgesehen davon, dass die ja zu einem beachtlichen Teil natürlich unschuldig sind, weil die Inflation und Corona die quasi dazu gezwungen haben, diese Straftaten zu begehen. Aber grundsätzlich, warum ziehen wir uns den Scheiß überhaupt rein? Es sind die Fachkräfte. Wir brauchen Fachkräfte. Hör ich immer wieder. Weil sonst gibt es hier keine Ärzte mehr und so eine Geschichten. Das bringt mich dann zu Jan A. Caron. Du hast gesehen, dass er sich als gelegentlicher Honigwarmenzuschauer, also als ganz normaler Typ, geoutet hat. Fand ich sehr schön, das zu sehen. Der hatte nämlich was getweetet. Dazu kommen wir gleich. Und dann hat Luki ihn zitiert und geschrieben, ich fresse einen Besen, wenn Jan A. Caron nicht regelmäßig die Honigwabe schaut. Dann hat Jan geantwortet, schaut definitiv ab und zu rein. Fand ich sehr, sehr schön. Gut, jetzt der ursprüngliche Tweet, um den es da ging. Da hat er geschrieben, das Ausmaß der Propaganda der Bell-Curve-Normis, wie im neuesten Oma, was war nochmal dieses Deutschland-Projekt, ist einfach nur noch bösartig und geisteskrank. Deshalb übrigens der Hinweis von Luki Schr. Die machen halt original dreieinhalb Minuten lange KI-Anti-AfD-Filme, in denen von Exodus gesprochen wird. Müllberge, Straßen überfluten, Rentner vereinsamen, die DFBL verliert, Synagogen in Schutt und Asche liegen und Ärzte namens Jamil deportiert werden. Wegen Remigration. Deutschland wird als Elendsland dargestellt, irgendwo zwischen Bombenangriff und Zombie-Apokalypse. Gut, bevor ich jetzt zu meinem Punkt komme, wieso wir uns das hier alles reinziehen, diesen Quatsch. Ja, nochmal kurz ein kleiner Clip aus diesem Propaganda-Werk. Wir kamen freiwillig. Es gab ja nichts mehr in Deutschland. Nachdem so viele das Land verlassen mussten, fielten natürlich genau diese Menschen. Arztpraxen, Schulen, Universitäten wurden bis auf wenige geschlossen. Es tut mir leid. Dr. Jamil wurde heute remigriert. Oh nein, jetzt auch noch der Doktor. Der Müll nicht abgeholt. Post nicht zugestellt. Felder nicht geerntet. Lebensmittel nicht geliefert. Fabriken geschlossen. Die Nationalmannschaft verlor noch höher. Alte Menschen, Vereinsamten ohne Pfleger. Internationale Beziehungen waren dahin. Ja, ihr habt's gesehen. Ohne Nichtdeutsche hätten wir hier alle möglichen Personalengpässe. Die Oma findet kein Arzt mehr an so einer Geschichten. Ich spreche das überhaupt nur an, weil ich dir neulich, als wir Höcke Vogt geguckt haben, habe ich dir erzählt, dass ich irgendwie zwei Tage vorher oder so über einen Zeit-Online-Artikel gestolpert bin, wo genau dieser Truism impliziert wird. Erinnerst du dich? Ich wage. Okay, dann lass uns das mal konkret an dem Artikel vielleicht machen. Ja, ich meine nämlich, das ist eine der Sachen, die hinterfragen nicht mal wir häufig. Ja, also häufig hinterfragen wir die nicht, sollte der Satz laut müssen. Darum fand ich das gut, aber ins Detail zu gehen. Also bei diesen, also es stimmen ja mehrere Sachen damit nicht, vielleicht vorausgeschickt. Der Einwand, der von uns meistens kommt, ist Remigration betrifft kulturfremde, vor allem arabische oder afrikanische Migranten, die auch kein Interesse daran haben, sich hier zu integrieren oder zu assimilieren. Die Ärzte, über die wir da reden, ausländischer Herkunft, das sind vor allem Leute aus den Ostblockstaaten. Insofern, das sind wahrscheinlich in wesentlich größeren Zahlen AfD-Wähler als, ja keine Ahnung, irgendwelche deutschen Studiosos. Ja, gut möglich, ja. Aber ich nehme an, du wirst noch grundsätzlich herangehen und wirst uns Zahlen präsentieren, darüber wie viele ausländische Ärzte wir heute haben. Also letztendlich die Frage, brauchen wir Ärzte aus dem Ausland? Ist das wahr? Also wir haben ja einen möglichen Fachkräftemangel, einer davon Ärzte. Ja, jetzt die Frage, brauchen wir Ärzte aus dem Ausland? Und ist das, was wir machen, sinnvoll, um diesen Mangel zu beheben? Ja, jetzt gibt es ja diesen Zeit-Online-Artikel. Mehr als 60.000 ausländische Ärzte in Deutschland, lautet die Überschrift. Die meisten ausländischen Ärztinnen und Ärzte stammen aus Syrien, der Türkei und mehreren europäischen Ländern. Durch den Ärztemangel erwarten Fachleute weiteren Zuzug. Und im Artikel erfahren wir dann, die wichtigsten Herkunftsländer sind Syrien 6.120, Rumänien 4.668, Österreich 2.993, Griechenland 2.943, Russland 2.941 und die Türkei 2.628. Die Gesamtzahl an Ärztinnen und Ärzten in Deutschland lag Ende 2022 bei 557.528. Was würdest du jetzt sagen, Schlamo? Unter welchen Bedingungen zugewanderte Ärzte in der Theorie ein gutes Argument für Zuwanderung sein könnten? Wenn diese Zuwanderung zu einem höheren Grad aus Ärzten besteht, als die an sich schon hier vorhandene deutsche Bevölkerung. Perfekt, Schlamo. Also sie müssen mehr Ärzte pro Kopf mitbringen, als wie sie hier haben, ansonsten bleibt das ein Verlustgeschäft. Also dann helfen mir auch die sechs Ärzte aus Syrien überhaupt nicht. Gut, dann würde trotzdem die Frage bleiben, ob ein Überschuss von, keine Ahnung, 200 Ärzten gerechtfertigt ist, wenn diejenigen, die eben keine Ärzte sind, aber mitkommen, uns auf der Tasche liegen, im Stadtzentrum rumlungern, kriminell werden, den Preis für Wohnraum in die Höhe treiben. Selber Ärzte brauchen, auf die Kosten der Allgemeinheit. Ja, für kulturelle Verwerfungen sorgen, na so eine Geschichte. Aber wir sind ja gerade bei dem Punkt angenommen, wir hätten einen Überschuss von 200 Ärzten. Also die bringen jetzt 200 Arztärzte mehr mit, als sie bräuchten. Ja, diesen Punkt müsste man überhaupt erst erreichen, um darüber zu diskutieren, ist es das wert? Aber jetzt gucken wir erst mal, ob wir diesen Punkt überhaupt erreichen. Ja, wenn du hörst, wie ich gerade vorgelesen habe, wir haben über 6000 Ärzte aus Syrien und über 2600 Ärzte aus der Türkei und dir das natürlich als Erfolgsmeldung verkauft wird. Gehst du dann davon aus, dass wir es dann mit einem Ärzteüberschuss zu tun haben? Vorsichtig, nein, weil wir sehr viele Syrer hier haben, im Mindesten sehr, sehr viele Leute, die zumindest geführt werden als Syrer. Ich glaube, mehrere hunderttausend, möglicherweise sogar an einem Million oder so, ne? Syrer? Ja. Ja, Stand 22, 900.000. Okay, okay. Ja, 6000 auf 900.000, ich würde raten, es gibt deutlich mehr Ärzte in der deutschen Bevölkerung. Da muss ich enttäuschen, also ich kann übrigens, deutsche Bevölkerung kann ich gar nicht ausrechnen, diese Zahlen kommen ich nicht dran. Ich konnte halt nur das nehmen, was bei Zeit Online war und da waren ja deutsche Ärzte nicht explizit aufgeführt, sondern alle und dann halt die aus Österreich, Russland, Syrien, Türkei und so weiter und so weiter. Ja, deutsche Ärzte weiß ich nicht, habe ich gar nicht erst überprüft. Wichtig ist, ich habe die Zahlen genommen, du kannst mal die Tabelle einblenden, Schlomo. Um es kurz zu machen, jeder hundertfünfzigste in Deutschland lebende Mensch ist von Beruf Arzt. Unabhängig, wo der herkommt. Türken, Russen, Deutsche, alles dabei. Unterm Strich ist hier jeder hundertfünfzigste Mensch Arzt. Also das ist quasi unsere Baseline. Und da müsstest du jetzt drüber liegen, damit man sagt, du löst das Problem, was wir hier haben mit Ärzten. Also als Bevölkerungsgruppe, die hier einwandert. Unsere Gesellschaft funktioniert so, wie sie funktioniert, weil die auf 150 Einwohner statistisch ein Arzt kommt. Das könnte natürlich besser sein, keine Frage, aber das ist der Ist-Zustand. Und ihr könnt es wahrscheinlich schon sehen, bei Syrern ist es jeder einhundertfünfzigste. Also geringfügig, aber dann doch weniger. Das heißt, um unser Niveau hier aufrechtzuhalten, auch für die Syrer, verbrauchen wir alle syrischen Ärzte, die wir haben, alleine um die Syrer zu versorgen. Und müssen zusätzlich noch, keine Ahnung, fünf deutsche Ärzte abstellen, die sich ebenfalls noch um die Syrer kümmern müssen. Ja, und bei den Türken ist es jeder fünfundertsechzigste. Also unterm Strich, die bringen beide weniger Ärzte mit, als wir hier benötigen, um diese Baseline beizubehalten. Ich würde auch noch raten, sie brauchen wahrscheinlich häufiger einen Arzt, alleine weil sie aus Bedingungen kommen, die schlechter sind, mehr Gewalt erfahren haben. Ja, du sprichst das zum Beispiel mit Zahnärzt oder sowas an. Genau, genau, die Zähne sind ja der Klassiker gewesen. Insofern würde ich sogar raten, sie nehmen mehr Ärzte in Anspruch als der durchschnittliche Deutsche. Ja, ich glaube unterm Strich nicht, weil sie dafür sehr viel jünger sind. Und jetzt sind unterm Strich natürlich alte Menschen gebrechlich. Von daher, ich denke, das wird sich gut ausgleichen zu Ungunsten der deutschen Bevölkerung. Also wir brauchen wahrscheinlich ein paar mehr Ärzte pro Kopf als die Syrer. Aber auch das ist ja nur ein Problem, was du auf Zeit vor dir her schiebst. Also auch die sind irgendwann 80 und haben dann immer noch nur jeden Anteil der Bevölkerung mitgebracht, wo jeder 151. oder bei den Türken halt jeder 566. ein Arzt ist. Also auch das funktioniert auf Dauer nicht. Ja, da kannst du Symptomdokterei betreiben für ein paar Jahrzehnte vielleicht, dann schließt du vor dem selben Problem. Plus die Verwerfungen, ja, die kommen ja dazu. Also in anderen Worten, wenn morgen jeder einzelne Syrer und jeder einzelne Türke nach Hause gehen würde, also alle, auch die Ärzte, dann wäre unser Einwohner-Arztverhältnis besser, als das jetzt ist. Ja, so viel zu und dann nochmal, ich möchte an die Überschrift erinnern, ja, Nanu, mehr als 60.000 ausländische Ärzte in Deutschland. Also wer liest das nicht und denkt sich, ah ja, cool, die helfen uns ein Problem zu lösen. Nicht nur reiten sie das in den Printmedien rauf und runter, das kommt ja auch in jeder Talkshow. Wann immer irgendein etwas migrationskritischer Gast da ist, wird dieser Punkt angebracht. Wenn kein anderer Gast das macht, dann bringt Lanz den persönlich. Dann fragt Lanz persönlich, wo sollen die ganzen Ärzte hier kommen? Ja, offenbar nicht aus Syrien, offenbar bringt es das nicht. Nicht aus Syrien, nicht aus Syrien, nicht aus Syrien. Ich habe das jetzt nicht durchrechnet für Rumänien, da bin ich mir ziemlich sicher, dass die ein dickes Plus mitbringen. Ja, bei den Zahlen vorhin genannt, das waren ein paar Tausend. Und wir haben ja keine halbe Million oder eine Million Rumänen in den Land, glaube ich. Ja, Russland weiß ich nicht, vermutlich auch tendenziell so Plus, Minus, Null. Aber Syrer ganz knapp bringt nichts, Türken bringen gar nichts. Ja, jetzt müsste man gucken, in welchem Bereich bringen sie denn was, ja. Vielleicht im Niedriglohnsektor, naja, der kostet unterm Strich aber Geld. Ja, und dann hast du die Verwerfungen, die Steinenpreise für Wohnraum und so weiter und so weiter. Am Ende kann das kein Argument sein. Balkanisierung, höhere Geburtenrate von denen und so weiter und so fort. Ja, ich will auch nochmal kurz darauf hinweisen, dass dieser Truism nicht aus Dummheit entsteht oder so, sondern aus Taktik. Das bringen sie, weil sie einfach aus ideologischen Gründen so viele afrikanische und arabische Migranten hier haben wollen, wie das nur irgend geht. Und den Boomern damit schön Angst davor machen können, was passiert, wenn sie das nicht mehr machen können. Wenn sie diese Politik zurückschrauben müssen, dann findest du keinen Arzt, dann vereinsamst du alt, dann wird das Land vor die Hunde gehen. Ich meine, das war ja quasi die Fiebertraum-Version von dieser, ja, Boomer-Scheuche, die da aufgebaut wurde, die wir gerade gesehen haben von Janne A. Karun. So ist es. Ich will auch nochmal kurz ansprechen, weil wir da so schnell rüber sind. Corona als Grund, finde ich interessant, das hattest du schon mal, glaube ich, in einem Einspieler gemacht oder das Thema behandelt, dass davon geredet wird, dass ein Nachholeffekt, ähnlich wie bei Partys oder, ja, keine Ahnung, Konzerten, auf die man geht, eingetreten ist nach Corona. Also, du hast, keine Ahnung, zwei Jahre lang keine Frau verbehaltigt, weil du nicht raus konntest oder so. Richtig. Also verbehaltigst du dann drei. Das ist ja komplett geistestreich. Es ist, es ist grotesk, es ist, also, wirklich, es ist so offensichtlich, wie sie die Bevölkerung verarschen. Und es hätte sich der F***-Version, als hätte sich der schwere K***-Version, der M***er, drum geschert, ob der auf die Straße durfte damals. Gut, von mir aus kannst du sagen, der F***-Version hat weniger Opfer vorgefunden auf der Straße, deswegen holt er das jetzt nach. Aber, Junge, also wenn wir auf dem Niveau angekommen sind, ach so, na, dann ist ja gut. Ich dachte schon, wir haben ein Problem. Dann ist ja alles in Not. Alter, ey. Willst du mal Zahlen sehen pro, also in dem Fall ist es pro 1.000 Einwohner, aber halt pro, pro Kopf. Ja, die sind von Seril Tom auf Twitter. Ich poste, ich hab's ja gerade geschickt, ja. Hier kommt's. Er hat das pro 1.000 gemacht, das macht übrigens keinen Unterschied. Also für alle, die hier dann doch zugucken mit einem IQ von 85, ob das jetzt pro 1.000 ist, pro 10 oder pro 100.000, macht keinen Unterschied. Ja, unterm Strich ist entscheidend, wie hoch der Balken ist. Ja, und da kannst du sehen, wie die Statistik eigentlich, wenn man sie mal sauber zusammenpassen würde, ohne ausländerrechtliche Verstöße bemerkt, aussehen würde. Und da fand ich wiederum interessant, letztes Jahr konnten die das noch sehr, sehr, sehr gut verbuddeln, das Ganze, aber letztes und dieses Jahr unterscheiden sich quasi gar nicht. Also 23 und 22, ja, da sind's von den Ausländern halt 56,4 pro 1.000, die straffällig geworden sind und davor waren's 56,2 pro 1.000, die straffällig geworden sind. Also diese Medienecho, was wir dieses Jahr erlebt haben, aufgrund der Zahlen von letztem Jahr, ja, das hätte es eigentlich schon letztes Jahr geben müssen. Aber da konnte man das, da hat wahrscheinlich, wahrscheinlich haben die Leute das mit Corona auch glauben wollen, ne? Ja, 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 und es gab ein größeres Current Thing, ne, da war ja, ja, obwohl, ja, 22 Stunden, 22 war damals direkt der Ukraine-Krieg losgegangen, aber die Statistik kam ja ein Jahr drauf, ne? Also eigentlich dann fällt der Current Thing-Faktor weg. Ja, so ist es, so ist es. Ganz kurz, damit wir das auch haben, da gab's so viele Quellen, die ich durchgehen wollte und nicht geschafft habe. Hier haben wir einen Newsartikel, ist, glaub ich, sogar von Sarah Rifler, ist es, ja, Grüße an der Stelle. Fast die Hälfte der Tatverdächtigen sind Ausländer. Deutsche sind in der Regel die Opfer. Weil auch das wurde uns ja diese Woche wieder lang und breit erklärt, dass, ja, ja, die sind schon kriminell und so, aber die Opfer sind meistens auch Zuwanderer. Ja gut, unterm Strich ist es so, dass die allermeisten, ihr könnt es jetzt hoffentlich sehen, die allermeisten Opfer, und zwar, also es ist halt nicht mal knapp, ja? Die allermeisten Opfer sind Deutsche, also Personen mit einem deutschen Pass. Na, das sind meistens die Opfer. Ja, und das Argument selbst wäre dem nicht so, die Ausländer werden häufiger Opfer von Ausländern, weil sie häufig mit anderen Ausländern rumhängen. Ja gut, dann lass noch mehr Ausländer holen. Ja, genau, genau, richtig. Ja, naja, oder, was uns ja auch erzählt wurde, ja, das sind die sozialen, prekären Verhältnisse, mit denen die es zu tun haben. Zu wenig Kartoffelkirchen, in anderen Worten. Das heißt einfach nur, die blöden Kartoffeln haben nicht genug Kohle, der reingebuttert, für lau, ne, den Lebensstandard nicht einfach für lau, am besten höher gehoben, als sie selber einen Lebensstandard haben, während sie voll arbeiten gehen. Aber weil ich dann so eine Vergewaltigung verhindere, oder was? Also, wenn ich jetzt einen Flüchtling, wenn ich jetzt zurück in die Zeit reisen könnte, ja, und dann hab ich einen Flüchtling, der wird tatsächlich hier zum Vergewaltiger. Und ich weiß das aber schon vorher und kaufe dem ein Haus. Dann macht der das nicht, oder was? Warum nicht? Also, dann wird der vielleicht, äh, keine Ahnung, pfleglicher mit den Möbeln umgehen, oder so. Ja, die Fenster nicht einwerfen, weiß ich jetzt nicht, ist ja seins. Aber warum sollte ich deswegen auf eine fairge Punkt, Punkt, Punkt verzichten? Ich meine, an irgendeinem Punkt könnte man argumentieren, weil er mehr zu verlieren hat, aber es ist ja nicht so, als wenn dein Leben zu Ende ist, wenn du in Deutschland jemanden f***ingst, ne. Wir hatten neulich den Fall, ja. Schon vor einer ganzen Weile von jemandem, der konnte weiter neben seiner Nachbarin wohnen bleiben, ein Syrer, glaube ich, auf jeden Fall irgendeiner der Zuwanderer, äh, nachdem er sie f***ingst hatte, ne. Der kam wieder auf freien Fuß, hat er einfach weiter neben ihr gelebt. Und dieser Zustand muss dann auch irgendwie juristisch nochmal angegangen werden. Ähm, ja, ich meine, es hinkt ja wirklich an jeder einzelnen Stelle, die man sich anguckt. Erstmal selbst sagen wir, es wäre so, dass wir denen einfach möglichst viel Scheiße geben müssen, für lau, wohlgemerkt. Also nicht, ähm, das Grundnarrativ, es ist ja folgendes, das Grundnarrativ, das wir spinnen wollen damit, ist ja, wir halten sie unten. Wir mögen deren Hautfarbe nicht und deswegen sorgen die Kartoffeln dafür, dass die nicht in der Gesellschaft es zu irgendwas bringen, weil wir die nicht mögen. Und deswegen ist unser Rassismus eigentlich daran schuld. Das ist das Grundnarrativ. Aber wir reden ja nicht mal über unten halten, wir reden über zu wenig geben. Dann sind wir in einer Situation, der geiselhaft. Also geben wir denen einfach so viel, wie wir irgendwie haben, wie wir irgendwie aufbringen können, von unserem Zeug, damit die uns nicht ver***tigen. Ja, das ist eine Situation, äh, wie in einer Bank, wenn du ausgeraubt wirst, ne. Gib ihm einfach das Geld, dann lässt er dich in Ruhe. Mhm, mhm, mhm. Ich meine, die Frage, die letztendlich entscheidend ist, ist die, warum? Also, was ist der Vorteil für uns, wenn es die prekären Verhältnisse meinetwegen sind? Was sollen wir denn mit den Menschen hier? Mhm. Wenn es der Grund ist, dass sie vor allem männlich sind, dann tun sie es trotzdem. Was soll ich mit den Menschen hier? Ja, sie sind, und das ist die letzte Verteidigungslinie von den Idioten, ähm, halt die Wirtschaft und so. Und auch da wissen wir, es bringt uns gar nichts, ja. Wir stünden, also nicht, dass ich auf syrische Ärzte verzichten möchte und so. Ja, auf Fachkräfte und so weiter. Aber unterm Strich stünden wir hier, ich glaube, in jeglicher Hinsicht besser da, wenn wir es zu diesem bis heute andauernden Rechtsbruch nie hätten kommen lassen. Es gibt nicht eine Sache, wo wir heute besser dastehen als 2015 aufgrund der Zuwanderer. Und die syrischen Ärzte, denen war es auch möglich, auf legalem Wege hinzukommen, so wie allen anderen Ärzten auch, ne. Es gibt dafür Wege, die brauchten dafür nicht diese Masseneinwanderung. Ja, hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich hatte heute Abend wieder viel Spaß und wir sehen uns, wie immer, nächste Woche Sonntag live um 18 Uhr an derselben Stelle. Bis dann, haut rein und macht's gut. Macht's gut, ciao, ciao.